Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Inhalt dieser Folge wird die JTL Easy Auction Erweiterung für Kaufland sein. Das heißt, wir geben euch mehr Informationen zu dieser, werden hinterher aber auch aufzeigen, wie ihr quasi per Easy Auction eure JTL Wavi mit Kaufland verbindet. Schaut also am besten bis zum Schluss und lasst ein Like da, wenn wir euch damit weiterhelfen konnten. Falls der Schuh bei euch jedoch an anderer Stelle drückt, solltet ihr euch mal in der JTA Software User Community Gruppe auf Facebook umschauen. Hier könnt ihr direkt eure Fragen an über 4000 JTL Experten, Händler, Service Partner und ähnliche richten. Der Link zur Gruppe befindet sich in der Videobeschreibung. Nun aber back to the topic. Was war noch einmal JTA Easy Auction? Ein Detailvideo befindet sich bereits auf unserem Kanal. Bisher stand Easy Auction für die Marktplatz-Schnittstelle zwischen Ebay und Amazon und JTA Wavi. Diese wurde nun um Kaufland erweitert. Dazu muss man aber als Hinweis direkt vorweg sagen, dass sie sich aber noch in der Open Beta befindet. Was für euch aber mindestens einen Vorteil bedeutet. Die Verwendung ist aktuell noch komplett kostenlos. Das wird sich nach der Beendigung der Open Beta Phase ändern. Da wir nun wissen, was nun die Neuerung ist, erst einmal die Voraussetzungen, um diese überhaupt verbinden zu können. Denn zwingend erforderlich ist die Verbindung zwischen Kundenkonto und JTL Wavi. Das erreicht ihr, indem ihr in JTL Wavi auf das Startmenü geht und den Menüpunkt Kundencenter Login auswählt. Im Anschluss wie gewohnt eure E-Mail-Adresse und das Passwort für das JTL Kundencenter eintragen und anmelden. Damit könnt ihr Schritt 1 abhaken. Um nun von der aktuell noch kostenlosen Kaufland-Schnittstelle zu profitieren, geht in JTL Wavi auf den Menüpunkt Plattformen und Verkaufskanäle. Fügt mit dem vorgesehenen Button eine neue hinzu. Wählt SCX Kaufland als Verkaufsweg aus. Nun solltet ihr eure Kaufland-Zugangsdaten bereit haben, sprich Client Key und Secret Key. Im Anschluss wird euch die erfolgreiche Verknüpfung noch einmal bestätigt. Soviel zur Verknüpfung. Doch für all diejenigen, die noch darüber nachdenken, auf weiteren Marktplätzen zu verkaufen, ein paar Fakten, wieso genau Kaufland. Dieser ist einer der schnellst wachsenden Marktplätze Deutschlands. Dazu beitragen tun unter anderem die 32 Millionen Online-Besucher monatlich, aber auch die Offline-Präsenz durch 1300 Filialen in 8 Ländern. Des Weiteren könnt ihr mit der Easy-Auction-Schnittstelle ohne viel Aufwand ebenfalls auf Amazon und Ebay setzen und nutzt für alle drei Marktplätze die gleichen gepflegten Artikeldaten aus JTL Wavi. Womit ihr zwar nicht auf Ebay und Amazon verkaufen könnt, dafür aber auf vielen weiteren Marktplätzen, ist die Multi-Channel-Lösung von Marcos Software. Mit Unicorn 2 kannst du deine Produktdaten aus JTL Wavi heraus ganz einfach auf Marktplätze wie Otto Market, Kaufland, Metro, Rewe und vielen weiteren übertragen. Damit kannst du ein komplett neues Klientel ansprechen, profitierst von der Sichtbarkeit und das alles ohne viel Aufwand. Unicorn 2 lässt sich 14 Tage kostenlos testen und ist entweder unter www.unicorn2.de zu erreichen oder kann auch über die oben rechts verlinkte Infokarte direkt heruntergeladen werden. Deine Lösung für Multi-Channel mit JTL Sobald die native JTL-Kaufland-Schnittstelle die Open-Beta-Phase beendet hat, lassen wir es euch als erstes wissen. Ein Abo für den eBakery YouTube-Kanal lohnt sich also allemal. Für weiteren speziellen Content und wöchentlichen Livestreams zu den Themen Online-Handel und Marketing lohnt es sich die eBakery Kanalmitgliedschaft zu buchen. Dazu einfach unter dem Video auf Mitglied werden klicken, dieses noch einmal bestätigen und eure gewünschte Zahlungsmethode auswählen. Und das Ganze nur für 99 Cent. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge in alter Frische wieder. Bis dahin viel Erfolg mit dem Verkauf auf Kaufland und Co. Wünscht euch euer eBakery Team. Wünscht euch Hybridat mosque an bei Jubiläen. if Wünscht euch damit